Inhalt Der Handlung gehen essayistische Bemerkungen voran, mit denen der Erzähler seine eigene Geschichte einleitet und bekräftigt. Grauenvolle Themen ließen sich nur da literarisch darstellen, wo Ernst und Majestät der Wahrheit sie heiligen. Erzählt eine Reihe von Katastrophen wie das Erdbeben zu Lissabon und die große Pest von London auf, um schließlich zu konstatieren, daß das furchtbarste Unheil den Einzelnen, nicht die Gemeinschaft, treffe. Der größte Schrecken sei es, lebendig begraben zu werden, der Druck auf den Lungen der Geruchfeuchter Erde, die Enge der Behausung, die Schmerze und Stille der Umgebung, die unsichtbare, doch so greifbare Gegenwart des Eroberers Wurm, nichts sei grauenvoller. Wegen der schattenhaft vagen Grenzen zwischen Leben und Tod komme es bei Scheintoten häufig zu diesen persönlichen Katastrophen. Um dies zu belegen, verweist der Erzähler auf authentische Fälle vorzeitiger Begräbnisse, von denen er leichterhand ein rundes Hundert heraussuchen könnte. So durchlitt die Frau eines angesehenen Advokaten die schrecklichste Seelenqual, als man sie nach jährlich wiederkehrenden Krankheitsepisoden eines Tages für tot hielt. Mit ihren marmorblassen Lippen, dem erkalteten Leib und verstummten Pulsschlag schienen keine Zweifel mehr zu bestehen, und als nach drei Tagen scheinbar fortschreitender Totenstarre die Verwesung einzusetzen schien, setzte man sie eilig in der Familiengruft bei. Als der Gatte drei Jahre später das Gewölbe öffnete, fiel ihm ein weißgekleidetes Gerippe entgegen. Wie eine Untersuchung ergab, war die Frau zwei Tage nach der Beisetzung erwacht, hatte sich aus dem zu Boden gestürzten und dort zerbrochenen Sarg befreit und mit einem Bruchstück des Behältnisses gegen das Eisenportal geschlagen. Dabei schwanden ihr vermutlich die Sinne, oder sie starb aus schierer Verzweiflung, und während sie hinsank, verfing sich ihr Leichengewand in der Tür und hielt sie so lange fest, bis der Witwer sie aus der grotesken Position erlöste. Ein medizinisches Journal berichtete von einem Offizier, der sich beim Sturz vom Pferd schwer am Kopf verletzt hatte, nach einigen Tagen für tot gehalten und wegen des schwülen Wetters rasch beigesetzt wurde. Am folgenden Sonntag spürte ein Besucher, wie sich die Erde unterhalb des Grabes seltsam bewegte, als würde dort jemand ums Überleben kämpfen. Als man nach einigem Zögern einen Teil der Erde weggeschaufelt hatte, kam der Kopf des vorzeitig Begrabenen zum Vorschein. Der Verzweifelte hatte den Deckel des Sarges aufgestoßen, in dem er nun aufrecht dasaß und langsam wieder zu sich kam. Man erfuhr, daß er eine Stunde nach seiner bewusst erlebten Beerdigung in Ohnmacht gefallen und von den Schritten auf den Friedhofswegen geweckt worden war. Der Erzähler selbst leidet seit vielen Jahren an Katalepsie und verfällt sowohl schleichend als auch aus heiterem Himmel in den Zustand halber Bewusstlosigkeit, aus dem er bisweilen durch einen Schleier wahrnehmen kann, wie die Familienangehörigen sein Bett umstehen. Manchmal sind es jähe Attacken, nach denen er in wochenlanger Schmerze daliegt und nur langsam erwacht. Physisch gesund leidet er zunehmend unter seelischen Qualen und einer morbiden Einbildungskraft, gibt sich Todesträumereien hin und spürt, daß auch ihn das beschriebene Unglück treffen werde. Legt er sich schlafen, graut ihm davor, sich beim Erwachen in einem Sarg wiederzufinden. Aus seinen vielen Albträumen hält er eine Grabesvision vom Los der Menschheit fest, die ihm zeigte, daß nur wenige der Begrabenen friedlich in der Erde ruhen. Die meisten befinden sich in einer anderen Stellung als der ursprünglichen und aus den Gräbern sind Wehlaute zu vernehmen. Tagsüber von der Angst gepeinigt, fern von zu Hause einen Anfall zu erleiden, reitet er nicht mehr aus, könnte er doch von Menschen bestattet werden, die sein Leiden nicht kennen. Er läßt die Familiengruft umbauen, so daß sie einfach zu öffnen ist und über eine Luftzufuhr und Nahrungsvorräte verfügt. Sein bequem gepolsterter Sarg läßt sich leicht von innen öffnen und ist über ein Seil mit einer Glocke auf dem Dach des Gruftgebäudes verbunden. Alles aber scheint vergebens. Eines Tages erwacht er auf einer harten Unterlage und glaubt, einen Anfall gehabt zu haben. Das Entsetzen packt ihn, minutenlang bleibt er wie erstarrt. Als er endlich die Augen öffnet, bleibt es dunkel, wie in schwarzer, strahlenloser Nacht, die da auf immer wehret. Er kann nicht schreien, spürt den Druck auf seinen Lungen und bemerkt, daß sein Kinn wie bei Verstorbenen hochgebunden ist. Nach langem Zögern wirft er seine Arme nach oben, die gekreuzt über ihm lagen, und stößt auf einen festen Holzboden, nur etwas oberhalb seines Gesichts. Als er das Seil an seinem Handgelenk nicht findet, um die Glocke zu läuten und den Geruch feuchter Erde wahrnimmt, scheint sein Schicksal besiegelt, daß er fernab der Familiengruft in einem einfachen Sarg verscharrt wurde. Erneut versucht er zu schreien und stößt nun einen gellenden Schrei aus. Da hört er vier unterschiedliche, verärgerte Stimmen, wird unsanft gepackt und durchgeschüttelt. Wie sich herausstellt, hatte er sich mit einem Freund bei einem Jagdausflug den James River hinabbegeben und bei einem herannahenden Sturm ausgerechnet in der Kajüte einer Schaluppe Schutz gesucht, die mit frischer Gartenerde beladen war. In der engen, an einen Sarg erinnernden Koje hatte er sich ein Tuch um den Kopf gebunden, um die Nachtmütze zu ersetzen. Das schockierende Missverständnis hat eine kathartische Wirkung. Es stärkt seine Seelenkraft, er kann wieder reisen und verliert mit der Grabesfurcht auch die Katalepsie, die vielleicht weniger ihre Ursache, denn vielmehr ihre Folge gewesen war. Edgar Allan Poe ist nur dann möglich, wenn Ernst und Majestät des Todes sie heiligen und stützen. Welch angenehmes Gruseln fühlen wir, zum Beispiel bei dem Bericht des Überganges über die Beresina, des Erdbebens von Lissabon, der Pest in London, der Metzeleien in der Bartholomäusnacht oder des Erstickungstodes der 123 Gefangenen im Schwarzen Loch von Kalkutta? Doch in all diesen Berichten ist es die Tatsache, ist es die Wirklichkeit, das geschichtliche Ereignis, das aufregt. Als Dichtungen würden wir sie nur mit Abscheu betrachten. Ich habe hier einige wenige der großen und folgenreichen Unglücksfälle erwähnt, in diesen aber ist es ebenso sehr die Größe wie die Art des Unglücks, was auf unsere Fantasie so lebhaften Eindruck macht. Ich brauche dem Leser nicht vorzuhalten, dass ich aus dem langen und schaurigen Register menschlichen Elends manchen Einzelfall hätte herausgreifen können, der leidvoller gewesen ist als irgendeiner dieser Massentode. Das wahre Elend, das tiefste Weh erlebt der Einzelne, nicht die Gesamtheit. Und dass das Fürsterlichste, der Todeskampf, vom Einzelnen und nicht von der Gesamtheit getragen wird, dafür lasst uns dem barmherzigen Gott danken. Lebendig begraben zu werden, ist ohne Frage die grauenvollste aller Martern, die jedem Sterblichen beschieden wurde. Dass es häufig, sehr häufig vorgekommen ist, wird von keinem Denkenden bestritten werden. Die Grenzen, die Leben und Tod scheiden, sind unbestimmt und dunkel. Wer kann sagen, wo das eine endet und das andere beginnt? Wir wissen, dass es Krankheitsfälle gibt, in denen ein völliger Stillstand all der sichtbaren Lebensfunktionen eintritt, und dennoch ist dieser Stillstand nur eine Pause, nur ein zeitweiliges Aussetzen des unbegreiflichen Mechanismus. Einige Zeit vergeht, und eine unsichtbare, geheimnisvolle Ursache setzt die zauberhaften Schwingen das gespenstische Räderwerk wieder in Bewegung. Die silberne Seite war nicht zerrissen, der goldene Bogen war nicht unrettbar zerbrochen. Wo aber war währenddessen die Seele? Doch abgesehen von der logischen Schlussfolgerung a priori, dass solche Ereignisse auch ihre Folgen haben müssen, dass diese wohlbekannten Fälle von Scheintod selbstredend hier und da zu einem vorzeitigen Begräbnis führen müssen, abgesehen von dieser Betrachtung haben wir das direkte Zeugnis der Ärzte und der Erfahrung als Beweis, daß zahlreiche solcher Begräbnisse stattgefunden haben. Ich kann auf Verlangen sofort hundert authentisch erwiesene Fälle anführen. Einer derselben, dessen eigenartige Umstände einigen meiner Leser noch frisch im Gedächtnis sein dürfte, ereignete sich vor nicht allzu langer Zeit in der benachbarten Stadt Baltimore, wo er in allen Kreisen tiefe und schmerzliche Aufregung hervorrief. Die Frau eines der angesehensten Bürger, berühmten Advokaten und Kongressmitgliedes wurde von einer plötzlichen und unerklärlichen Krankheit befallen, an der die Kunst der Ärzte scheiterte. Nach schrecklichen Leiden starb sie oder wurde wenigstens für tot gehalten. Nicht einer vermutete, daß sie nur Scheintod war, nicht einer hatte Grund dazu. Sie zeigte alle üblichen Merkmale des Todes, das Gesicht hatte die bekannten, verkniffenen und eingesunkenen Züge, die Lippen hatten Marmorblässe, die Augen waren glanzlos, sie hatte weder Blutwärme noch Pulsschlag. Drei Tage blieb der Körper unbeerdigt und in dieser Zeit war er zur Eiseskälte erstarrt. Man beeilte die Bestattung, weil die vermeintliche Zersetzung so rasch Fortschritte machte. Die Dame wurde in der Familiengruft beigesetzt und drei Jahre lang blieb diese unberührt. Nach Ablauf dieser Frist wurde sie zur Aufnahme eines Sarkophags geöffnet. Aber ach, welch furchtbarer Schlag erwartete den Gatten, der eigenhändig das Tor aufschloß. Als die Türflügel nach außen aufflogen, sank ein weiß gekleidetes Etwas ihm klappernd in die Arme. Es war das Totenskelett seines Weibes in dem noch unverwesten Leichenkleid. Sorgfältige Nachforschungen ergaben, daß sie zwei Tage nach ihrem Begräbnis wieder erwacht und daß der Sarg infolge ihrer verzweifelten Befreiungsversuche von der Bahre herabgestürzt und zerbrochen war, so daß sie ihm entsteigen konnte. Eine Öllampe, die zufällig gefüllt in der Gruft zurückgelassen worden war, stand leer. Das Öl konnte aber auch verdunstet sein. Auf der obersten Stufe der Treppe, die zur Totenkammer hinabführte, lag ein Teil des Sarges, mit dem sie wahrscheinlich gegen das Eisentor geschlagen hatte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Bei dieser Tätigkeit hatte sie vermutlich eine Ohnmacht oder auch infolge des Grauens der Tod befallen. Beim Niedersinken verfing sich ihr Leichenhemd in irgendeinem vorstehenden Eisenteil des Tores. So blieb sie, und so verweste sie. Aufrecht. Im Jahre 1810 ereignete sich in Frankreich ein vorzeitiges Begräbnis von so seltsamen Umständen, daß sie die Behauptung rechtfertigen, die Wirklichkeit ist oft seltsamer als alle Dichtung. Die Heldin der Geschichte war ein Fräulein Victorine Lafourcade, ein junges und sehr schönes Mädchen aus vornehmer und wohlhabender Familie. Unter ihren zahlreichen Verehrern war auch ein Herr Julien Bossuet, ein armer Gelehrter oder Literat aus Paris. Sein Talent und sein einnehmendes Wesen hatten die Aufmerksamkeit der Erbin erregt, die ihn aufrichtig geliebt zu haben scheint. Ihr Familienstolz bewog sie schließlich aber doch, ihn abzuweisen und einen Herrn Renel zu heiraten, einen Bankier und gewandten Diplomaten. Nach der Hochzeit aber vernachlässigte sie der Gatte, ja, mißhandelte sie wohl gar, und nach einigen leidvollen Jahren starb sie. Wenigstens glich ihr Zustand so ganz dem Tod, daß jeder, der sie sah, sich täuschen ließ. Sie wurde begraben, nicht in einer Gruft, sondern in einer gewöhnlichen Grabstätte ihres Heimatdorfes. Voll Verzweiflung und entflammt von der Erinnerung an ihre tiefe Zuneigung reist der abgewiesene Freier von der Hauptstadt nach der entlegenen Provinz, zu jenem Dorf, in der romantischen Absicht, die Leiche auszugraben und sich in den Besitz ihrer wunderbaren Locken zu setzen. Er findet das Grab. Um Mitternacht legt er den Sarg von der Erde bloß, öffnet ihn und ist dabei, das Haar abzuschneiden, als er innehält, denn die geliebten Augen öffnen sich. Man hatte die junge Frau lebendig begraben. Die Lebenskraft war noch nicht ganz entwichen, und die Liebkosungen ihres Getreuen erweckten sie aus der Lethargie, die man irrtümlich für tot gehalten. In wahnsinniger Freude trug er sie nach seiner Wohnung im Dorf, wo er, der einige medizinische Kenntnisse hatte, ihr allerlei Belebungsmittel einflößte. Endlich erholte sie sich. Sie erkannte ihren Erretter, sie blieb bei ihm, bis sie ihre frühere Gesundheit wieder erlangt hatte. Ihr Frauenherz war nicht von Eisen, und dieser letzte Liebesbeweis erweichte es. Sie gab es Bossuet zu eigen. Sie kehrte nicht zu ihrem Gatten zurück, sondern verbarg ihm ihre Auferstehung und entfloh mit dem Geliebten nach Amerika. Zwanzig Jahre später kamen die beiden wieder nach Frankreich, in der Überzeugung, die Zeit habe das Äußere der Frau so sehr verändert, dass ihre Angehörigen sie nicht wiedererkennen würden. Sie irrten sich jedoch, denn bei der ersten Begegnung erkannte Herr Rennell sein Weib und erhob Anspruch auf sie. Sie weigerte sich aber, zu ihm zurückzukehren, und das Gericht gab ihr Recht, indem es entschied, dass die besonderen Umstände und die lange Reihe von Jahren nicht nur billigerweise, sondern auch gesetzlich die Rechte des Gatten ausgelöscht hätten. Die Leipziger Chirurgische Zeitung, eine bedeutende und angesehene Zeitschrift, von der man wünschen möchte, dass sie in unsere Sprache übersetzt auch in Amerika erschiene, berichtet in einer der letzten Nummern ein ähnliches Ereignis, furchtbarer Art. Ein Artillerieoffizier von prächtiger Gestalt und von robuster Gesundheit wurde von einem störrischen Pferde abgeworfen und trug eine äußerst schwere Kopfwunde davon, die ihm sofort das Bewusstsein nahm. Er hatte eine leichte Schädelfraktur, doch schien keine direkte Gefahr vorhanden. Die Trepanierung war erfolgreich, man ließ ihn zur Ader und viele andere Linderungsmittel wurden angewandt. Trotz alledem nahm die Betäubung, die Erstarrung mehr und mehr zu und schließlich hielt man ihn für tot. Es war warmes Wetter und er wurde mit fast unziemlicher Eile zu Grabe getragen. Das geschah an einem Donnerstag. Am darauf folgenden Sonntag war der Friedhof wie üblich sehr besucht und um die Mittagszeit brachte ein Bauer die ganze Menge in Aufruhr mit der Behauptung, während er auf dem Grabe des Offiziers gesessen, habe sich die Erde unter ihm bewegt, als suche sich jemand herauszuarbeiten. Zunächst schenkte man der Versicherung des Mannes keinen Glauben, aber sein sichtliches Entsetzen und die Hartnäckigkeit, mit der er bei seiner Aussage verblieb, machten zum Schluss doch Eindruck auf die Menge. Man schaffte eilend Spaten herbei und das nur oberflächlich zugeschüttete Grab war in wenigen Minuten so weit bloßgelegt, dass der Kopf des Eingesagten sichtbar ward. Er schien tot zu sein, aber er saß aufrecht in seinem Sarg, dessen Deckel er bei seinen wütenden Befreiungsversuchen teilweise abgehoben hatte. Er wurde sofort ins nächste Hospital gebracht, wo man konstatierte, daß er, wenn gleich in tiefer Ohnmacht, noch am Leben sei. Nach einigen Stunden erwachte er, erkannte die an sein Lager geeilten Freunde und sprach in abgerissenen Sätzen von seinen Befreiungsversuchen im Grabe. Aus dem, was er sagte, ging hervor, daß er im Grabe mehr als eine Stunde wach gewesen sein mußte, ehe ihn das Bewußtsein verließ. Das Grab war nur oberflächlich mit sehr lockerer Erde angefüllt und ließ daher der Luft etwas zutritt. Er hörte die Schritte der Menge über sich und versuchte seinerseits, sich hörbar zu machen. Er war der Meinung, das Geräusch der vielen Schritte habe ihn erweckt, doch kaum erwacht, gewahrte er mit namenlosem Entsetzen seine schreckliche Lage. Dieser Patient, hieß es in dem Bericht weiter, erholte sich wieder und es schien, als werde er ganz gesunden. Da wurde er das Opfer eines medizinischen Experiments. Man wendete die galvanische Batterie bei ihm an und er verstarb plötzlich in einem Paroxysmus, wie dieses Verfahren ihn manchmal zur Folge hat. Bei Erwähnung der galvanischen Batterie fällt mir ein wohlbekannter und ganz seltsamer Fall ein, die Tatsache nämlich, dass ihre Anwendung bei einem jungen Londoner Advokaten, der bereits zwei Tage begraben gelegen hatte, diesen wieder ins Leben zurückrief. Das geschah im Jahre 1831 und machte überall, wo davon die Rede war, großes Aufsehen. Der Patient, Herr Edward Stapleton, war anscheinend an Typhus gestorben, doch unter eigenartigen Begleitumständen, welche die Neugier seiner Ärzte erregt hatten. Nach seinem Hinscheiden ersuchte man die Verwandten, eine Sezierung der Leiche zu gestatten, was aber abgelehnt wurde. Wie das nach solcher Weigerung oft geschieht, beschlossen die Ärzte, den Leichnam auszugraben und dennoch heimlich zu sezieren. Man einigte sich mit einer Bande von Leichenräubern, wie sie in London nicht selten sind, und in der dritten Nacht nach dem Begräbnis wurde die angebliche Leiche aus ihrem achtfußtiefen Grabe hervorgeholt und in das Operationszimmer eines Privatspitals gebracht. Ein ziemlich großer Schnitt in den Unterleib zeigte, dass das Fleisch noch frisch und unverwest war und brachte die Ärzte auf den Einfall, die galvanische Batterie anzuwenden. Ein Experiment folgte dem Anderen und hatte die üblichen Wirkungen, die nur in zwei Fällen den konvulsivischen Zuckungen ein mehr als gewöhnliches Leben gaben. Es wurde spät, der Tag dämmerte und man hielt es für ratsam, endlich die Sektion vorzunehmen. Ein Student jedoch, der gern eine eigene Theorie erproben wollte, bestand darauf, die Batterie auf einen der Brustmuskel anzuwenden. Man machte schnell einen Schnitt und brachte einen Draht in Kontakt mit dem Muskel. Da plötzlich erhob sich der Patient mit einer schnellen, doch keineswegs konvulsivischen Bewegung vom Tisch, schritt in die Mitte des Zimmers, blickte sekundenlang unsicher umher und sprach. Was er sagte, war nicht zu verstehen, aber er äußerte Worte, bildete Silben. Als er gesprochen hatte, fiel er schwer zu Boden. Einen Augenblick waren alle gelähmt von Entsetzen. Doch das Bewusstsein, das hier rasch eingegriffen werden müsse, gab ihnen bald die Geistesgegenwart zurück. Man entdeckte, daß Herr Stapleton ohnmächtig, aber am Leben war. Nach Anwendung von Äther erwachte er und konnte schnell wiederhergestellt und seinen Verwandten zurückgegeben werden. Ihr Erstaunen, ihre namenlose Verwunderung sei hier verschwiegen. Das Unerhörteste aber an dem ganzen Ereignis ist das, was Herr Stapleton selbst berichtet. Er erklärt, die ganze Zeit über nie völlig besinnungslos gewesen zu sein, sondern, wenn auch unklar und verwirrt, alles gewußt zu haben, was mit ihm vorging, vom Augenblick an, da die Ärzte ihn für tot erklärten, bis zu dem, da er im Hospital ohnmächtig zu Boden sank. Ich lebe, waren die unverständlichen Worte, die er, als er vom Seziertisch heruntertaumelte, in seiner äußersten Not herausstieß. Es wäre ein leichtes, noch viele solcher Geschichten anzuführen, ich unterlasse es aber, denn wir bedürfen ihrer nicht zur Feststellung der Tatsache, daß verfrühte Begräbnisse stattfinden. Wenn wir bedenken, wie selten es naturgemäß in unserer Macht liegt, solche Fälle aufzudecken, so müssen wir zugeben, daß sie häufig genug ohne unser Wissen vorkommen. Tatsächlich finden kaum je in einem Friedhof umfangreiche Umgrabungen statt, ohne daß Skelette aufgefunden werden, deren Haltung die fürchterlichsten Vermutungen rechtfertigt. Fürchterlich die Vermutung, doch fürchterlicher noch das Schicksal selbst. Es ist nicht zu viel gesagt mit der Behauptung, daß kein Ereignis so grauenvoll geeignet ist, Leib und Seele aufs Äußerste zu schrecken, wie das lebendig Begraben sein. Der unerträgliche, atemberaubende Druck, die erstickenden Dünste der feuchten Erde, das hemmende Leichengewand, die harte Enge des schmalen Hauses, das Dunkel vollkommener Nacht, die alles verschlingende Woge ewiger Stille, die unsichtbare, doch fühlbare Nähe des Eroberers Wurm, diese Dinge und der Gedanke, daß droben die Gräser im Winde wehen und die Erinnerung an liebe Freunde, die, wenn sie nur unser Schicksal ahnten, zu unserer Rettung herbeieilen würden und das Bewusstsein, daß sie dies Schicksal nie erfahren werden, daß wir ohne alle Hoffnung zu den wirklich Toten zählen. Diese Betrachtungen, sage ich, tragen in das noch pulsende Herz ein so namenloses Grauen, wie selbst die stärkste Fantasie es nicht beschreiben kann. Gibt es auf Erden ähnlich Grauenvolles, können wir uns selbst für die tiefste Hölle solche Schrecken träumen. Und daher begegnet man derartigen Berichten mit so besonderem Interesse, aber einem Interesse, das ganz von unserem Glauben an die Wahrheit des geschilderten Ereignisses abhängig ist. Was ich jetzt erzählen will, habe ich selbst am eigenen Leibe erfahren. Ich war jahrelang den Anfällen jener seltsamen Krankheit unterworfen, der die Ärzte in Ermangelung einer treffenden Bezeichnung den Namen Katalepsie gegeben haben. Obgleich die mittelbaren und unmittelbaren Ursachen fast unbekannt sind, ja sogar die Krankheitsdiagnose selbst noch dunkel ist, so sind doch ihre äußerlich wahrnehmbaren Merkmale zur Genüge bekannt. Ihre Haupteigenschaft besteht in der Verschiedenartigkeit ihrer Anfälle. Manchmal liegt der Patient nur einen Tag oder selbst kürzere Zeit in vollständiger Lethargie. Er ist gefühllos und regungslos, aber der Herzschlag ist noch schwach fühlbar, der Körper ist noch ein wenig warm, ein leichtes Rot färbt die Wangen und wenn man den Lippen einen Spiegel nähert, so kann man ein träges, unregelmäßiges Atmen wahrnehmen. Dann wieder dauert dieser Zustand Wochen, ja Monate und dann vermögen die sorgfältigsten ärztlichen Untersuchungen nicht mehr einen Unterschied festzustellen zwischen dem Zustand des Kranken und dem, was wir als Tod bezeichnen. Sehr häufig wird er nur dadurch vor vorzeitigem Begraben werden bewahrt, dass seine Freunde von früheren kataleptischen Anfällen wissen und daher argwöhnisch sind und vor allem dadurch, dass keine Verwesung eintritt. Die Krankheit macht glücklicherweise nur langsame Fortschritte. Schon ihre ersten Anzeichen sind unzweideutiger Natur. Nach und nach werden die Anfälle stärker und dauern von Mal zu Mal länger. Hierin hauptsächlich liegt die Sicherheit vor einem allzu frühen Begraben werden. Der Unglückselige, dessen erster Anfall bereits die Heftigkeit des Letzten hätte, würde unvermeidlich lebendig zu Grabe getragen. Mein eigener Fall wich in nichts von den in medizinischen Büchern geschilderten Fällen ab. Ohne ersichtliche Ursache überfiel mich hier und da ein ohnmachtartiger Zustand, in dem ich ohne Schmerzen und regungslos, ja ohne Denkvermögen verharrte, immer aber mit dem schwachen Bewusstsein dessen, was an meinem Lager vorging, bis ich ganz plötzlich wieder zu vollem Bewusstsein erwachte. Zu anderen Zeiten packte es mich rasch und ungestüm, mir wurde übel, mich fröstelte und ein Schwindelanfall warf mich rasch zu Boden. Dann war wochenlang alles um mich her leer und stumm und schwarz und das Weltall wurde zum Nichts. Es war der vollkommene Tod. Aus diesen letzteren Anfällen aber erwachte ich weit langsamer, als ich davon befallen wurde. Gleich wie dem Freund und heimatlosen Bettler, der die lange einsame Winternacht durch die Straßen irrt, die Morgendämmerung nur zögernd, nur ganz allmählich und doch wie beglückend erscheint. Gerade so kehrt das Licht meiner Seele zurück. Abgesehen von diesen kataleptischen Anfällen schien mein Gesundheitszustand gut und keiner Beeinflussung durch diese Krankheit unterworfen. Bis auf eine gewisse Eigentümlichkeit meines gewöhnlichen Schlafes. Wenn ich erwachte, war ich nie sofort Herr meiner Sinne, sondern blieb minutenlang erschreckt und verwirrt. Die geistigen Fähigkeiten, besonders das Gedächtnis, waren wie gelähmt. In all meinem Leiden gab es kaum physische Schmerzen, aber eine unerträgliche seelische Depression. Meine Fantasie sah nichts als Leichen. Ich sprach von Würmern, Grab und Leichenstein. Ich versank in Träumereien über den Tod und war von der düsteren Ahnung erfasst, einmal lebendig begraben zu werden. Diese gespenstische Gefahr verfolgte mich Tag und Nacht. Bei Tag quälten mich grausige Grübeleien, des Nachts war ich dem Wahnsinn nahe. Wenn Dunkelheit sich über die Erde breitete, schreckten mich die Gedanken, und ich bebte, bebte wie die schwankenden Federn auf den Köpfen der Pferde beim Leichenbegängnis. Wenn ich mich nicht mehr wach halten konnte, so kostete es mich einen Kampf, schlafen zu gehen, denn mir grauste bei dem Gedanken, ich könne mich beim Erwachen im Grabe finden. Und wenn ich schließlich in Schlummer sank, so vermochte ich es nur, um sogleich in einem Meer von Fantasien zu versinken, das überschattet wurde von den riesigen schwarzen Schwingen jenes einen Grab Gedankens. Aus den zahllosen düsteren Bildern, die mich in Träumen ängsteten, will ich nur eine einzige Vision berichten. Mir war, als läge ich in einer Erstarrung, die tiefer war und länger dauerte als je vorher. Da plötzlich legte sich eine eisige Hand auf meine Stirn, und eine ungeduldige Stimme rasselte mir ins Ohr, Steh auf! Ich saß aufrecht, es war völlig finster, ich konnte die Gestalt nicht sehen, die mich geweckt hatte, ich konnte mich weder erinnern, wann dieser Anfall mich erfasst hatte, noch wo ich mich überhaupt befand. Ich harrte regungslos und mühte mich, meine Gedanken zu sammeln, aber die kalte Faust packte mich wild am Handgelenk und schüttelte mich, und die rasselnde Stimme sagte von Neuem, Steh auf, gebot ich dir nicht aufzustehen. Wer bist du? fragte ich. Ich habe keinen Namen dort, wo ich hause, erwiderte die Stimme klagend. Ich war sterblich und bin doch Dämon, ich war unbarmherzig und bin mitleidig. Du fühlst, daß ich schaudere, meine Zähne klappern, aber nicht, weil die Nacht so frostig ist, die endlose Nacht. Doch dies Grauen, dieser Ekel ist unerträglich, wie kannst du ruhig schlafen? Ich kann nicht Ruhe finden vor dem Schrei der Todesängste. Diese Seufzer sind mehr, als ich ertragen kann. Steh auf, komm mit mir hinaus in die Nacht und lass mich dir die Gräber öffnen. Ist dieser Anblick nicht ein furchtbar Weh? Sieh! Ich blickte und die unsichtbare Gestalt, die mich noch immer an der Hand hielt, hatte die Gräber der ganzen Menschheit aufgeworfen und aus einem jeden Drang ein schwacher Phosphorschein der Verwesung, so daß ich in den tiefsten Schlund hinabsehen und die eingesagten Leichen in ihrem trauervollen Schlafe mit den Würmern schauen konnte. Aber ach, der wirklichen Schläfer waren es Millionen weniger als der Wachenden und da war ein Kämpfen und Wehren und eine allgemeine schmerzliche Unruhe und aus den Tiefen der zahllosen Gruben drang das melancholische Rauschen der Totenhemden und und unter denen die still zu ruhen schienen sah ich, daß viele mehr oder weniger die kalte unbequeme Lage in der man sie hinab gesenkt verändert hatten. Und wie ich blickte, sagte die Stimme von Neuem, ist es nicht, oh, ist es nicht ein schmerzlicher Anblick? Doch ehe ich die Antwort finden konnte, hatte die Gestalt meine Hand losgelassen, der Phosphorschein erlosch und die Gräber schlossen sich plötzlich. Aus ihrem Inneren aber hob sich ein Chaos verzweifelter Schreie und wieder klang es, ist es nicht, oh, Gott, ist es nicht ein schmerzlicher Anblick? Solche Nachtfantasien übten auch auf meine Wachen Stunden ihrem entsetzlichen Einfluß. Meine Nerven waren völlig zerrüttet und ich war die Beute ewigen Grauens. Ich wagte mich weder zu Fuß noch zu Pferd aus dem Hause, von dem ich mich nicht mehr entfernen wollte, um stets in der Nähe derer zu sein, die meine Neigung zu kataleptischen Anfällen kannten. Hätte es sich andernfalls nicht ereignen können, daß ich begraben wurde, ehe mein wahrer Zustand festgestellt werden konnte? Ich fürchtete, ein Anfall von außergewöhnlich langer Dauer könne sie an meinem Wiedererwachen zweifeln lassen. Ich ging sogar so weit zu arg wöhnen, man werde sich freuen, in einem besonders hartnäckigen Anfall willkommene Gelegenheit zu finden, sich meiner zu entledigen. Vergebens versuchten sie mich mit feierlichen Versprechungen zu beruhigen, ich nahm ihnen die heiligsten Schwüre ab, mich unter keinen Umständen eher zu begraben, als bis die Verwesung so weit fortgeschritten wäre, daß ein längeres Lagern unmöglich sei. Und selbst dann noch wollte meine tödliche Angst keiner Vernunft gehorchen, keinen Trost annehmen. Ich traf eine Reihe mühsamer Vorsichtsmaßregeln, unter anderem ließ ich die Familiengruft so umbauen, daß sie von innen leicht geöffnet werden konnte. Der leiseste Druck auf einen langen Hebel, der tief in die Grabkammer hineinreichte, ließ die Eisernen Tore auffliegen. Auch traf ich Vorsorge, daß Luft und Licht freien Zutritt hatten, und daß dicht bei dem Sarge, der mich aufnehmen sollte, Gefäße für Speise und Trank bereit standen. Der Sarg selbst war weich und warm gefüttert und mit einem Deckel versehen, der nach der Art der Gruft Tür eingerichtet war, nur daß hier schon die leiseste Körperbewegung genügte, um den Deckel zu lüften. Überdies hing von der Decke der Grabkammer eine große Glocke herab, deren Seil durch ein Loch im Sarge hineingeführt und an der Hand der Leiche befestigt werden sollte. Aber ach, was vermag alle Vorsicht gegen das Schicksal? Selbst diese wohlbedachten Maßregeln vermochten nicht, einen Unglücklichen, der dazu vorausbestimmt worden war, vor den unerhörten Schrecken des lebendig Begraben Werdens zu bewahren. Es kam eine Zeit, da ich, wie schon so oft, aus völliger Bewusstlosigkeit zum ersten schwachen Daseinsgefühl wieder Langsam, schneckenlangsam dämmerte meiner Seele der Tag. Träge Unbehaglichkeit, dumpfes Schmerzgefühl, keine Sorgen, kein Hoffen, kein Wollen. Dann, nach langer Pause, Ohren sausen, dann, nach noch längerer Pause, ein stechendes, prickelndes Gefühl in den Gliedern, dann eine ewig lange Zeit frohen behagens, während das erwachende Bewusstsein nach Gedanken ringt, dann ein kurzes Zurücksinken ins Nichts, dann wieder plötzliches Erholen, endlich leises Erbeben der Augenlider und gleich darauf ein Schreck, wie ein elektrischer Schlag, tödlich und endlos, der das Blut von den Schläfen zum Herzen peitscht und nun der erste positive Versuch zu denken und nun der Versuch sich zu erinnern und nun habe ich das Gedächtnis so weit zurückerlangt, dass ich mir in gewissem gerade von meinem Zustand Rechenschaft geben kann ich fühle dass es nicht ein gewöhnlicher Schlaf ist aus dem ich erwache ich entsinne mich einen kataleptischen Anfall gehabt zu haben und nun überflutet meine schaudernde Seele wie ein rasendes Meer die eine grausige Angst der eine gespenstische und herrschende Gedanke Minutenlang nachdem diese Vorstellung mich erfasst verblieb ich regungslos und warum ich konnte den Mut nicht finden mich zu rühren ich wagte nicht die Bewegung zu machen die mir mein Schicksal offenbart hätte und dennoch flüsterte eine Stimme in meinem Herzen es ist so Verzweiflung wie keine andere Lage sie schaffen kann Verzweiflung veranlasste mich nach langer Unentschlossenheit die schweren Augenlider zu heben es war finster ganz finster ich wußte der Anfall war vorüber ich wußte die Krise meiner Krankheit war lange vorbei ich wußte daß daß ich jetzt den vollen Gebrauch meines Gesichtssinnes wieder erlangt hatte und dennoch war es finster ganz finster die tiefe Dunkelheit ewiger Nacht ich versuchte zu schreien und meine Lippen und meine verdorrte Zunge mühten sich vereint und krampfhaft aber keine Stimme entrang sich den hohlen Lungen die wie von Bergeslast bedrückt bei jedem mühevollen Atemzug gemeinsam mit dem Herzen grausam aufzuckten die Bewegung der Kinnbacken bei der Anstrengung des Rufen Wollens zeigte mir daß sie von Kinn zu Kopf mit einem Tuch umwunden waren wie das bei Leichen zu geschehen pflegt auch fühlte ich daß ich auf etwas Hartem lag und auch meine Seiten wurden von etwas Hartem eingeengt bis jetzt hatte ich nicht gewagt ein Glied zu rühren nun aber warf ich heftig die Arme empor die bisher mit gekreuzten Händen dalagen sie berührten eine feste Holzmasse die sich über meinem Körper in einer Höhe von kaum sechs Zoll hinzog ich konnte nicht länger zweifeln daß ich im Sach lag und und nun in mitten all meines namenlosen elends nahte sich mir der süße Engel der Hoffnung denn ich dachte an meine Vorsichtsmaßregeln ich rührte mich und machte krankhafte Versuche den Deckel aufzuzwängen er bewegte sich nicht ich suchte an meinen Handgelenken nach der Glockenschnur sie war nicht zu finden und nun entfloh der Tröster für immer und eine noch tiefere Verzweiflung gewann die Oberhand ich bemerkte daß die von mir gewünschte Polsterung fehlte und in meine Nase stieg der eigenartig herbe Geruch feuchter Erde die Schlussfolgerung war unumgänglich ich befand mich nicht in der Gruft ich war während einer Abwesenheit von Hause unter Fremden von einem Anfall ergriffen worden an ein wann oder wie wußte ich mich nicht zu entsinnen und diese Fremden hatten mich begraben wie einen Hund in irgendeinen Sarg gesteckt den sie vernagelt und tief und für immer in ein gewöhnliches und namenloses Grab gesenkt hatten als diese grässliche Überzeugung sich im geheimsten Fach meiner Seele gebildet hatte versuchte ich von neuem laut auf zu schreien und dieser zweite Versuch gelang ein langer wilder und anhaltender Schrei ein Todes gelben echote durch die Reiche der unterirdischen Nacht hallo hallo was gibt's gab eine raue stimme antwort was zum teufel ist denn los sagte eine zweite heraus mit euch sagte eine dritte was soll das heißen dass ihr los heult wie ein ketten hund sagte eine vierte und hierauf ward ich ergriffen und minutenlang unsanft von einer Gruppe wüst blickender Gesellen geschüttelt sie holten mich darf denn ich war hellwach als ich schrie aber sie setzten mich wieder in den besitz meines gedächtnisses dieses abenteuer ereignete sich in der nähe von richmond in virginia in begleitung eines freundes hatte ich eine jagdexpedition an den ufern des james flusses unternommen die nacht kam und ein sturm überraschte uns die kabine einer kleinen schaluppe die im strom vor anker lag und mit gartenerde geladen war bot uns den einzigen schutz wir behalfen uns also so gut es ging und verbrachten die nacht an bord ich war ein seidenes Taschentuch, das ich mir in Ermangelung meiner gewohnten Nachtmütze um den Kopf geschlungen hatte. Die erduldeten Martern aber waren unzweifelhaft jenen des lebendig Begrabenseins völlig gleich. Sie waren schrecklich, sie waren unsagbar grauenhaft. Doch der schlimme Umstand hatte eine günstige Folge. Meine Seele bekam Ruhe und Haltung. Ich ging auf Reisen, ich unterwarf mich körperlichen Anstrengungen, ich atmete freie Himmelsluft, ich dachte an andere Dinge als Tod, ich entfernte meine medizinischen Bücher, Backen verbrannte ich, ich las keine Nachtgedanken, keine bombastischen Kirchhofsmärchen und Schauergeschichten wie diese hier. Binnen kurzem wurde ich ein neuer Mensch und führte ein männliches Leben. Seit jener denkwürdigen Nacht verlor ich für immer meine Todesgedanken und mit ihnen verschwanden meine kataleptischen Zustände, von denen sie vielleicht weniger die Folge als die Ursache gewesen waren. Es gibt Augenblicke, wo selbst dem klugen Auge der Vernunft die Welt unseres traurigen Menschendaseins als Hölle erscheint. Aber die Fantasie des Menschen vermag ihre ewigen Grüfte nicht ungestraft zu durchstreifen. Weh! Die grausigen Legionen der Grabesschrecken sind keine Hirngespinste. Doch gleich den Dämonen, in deren Gesellschaft Aphrasiab den Oxus hinabschiffte, müssen sie schlafen, oder sie verschlingen uns. Muss man sie schlummern lassen, oder wir gehen zugrunde. Edgar Allan Poe Geboren am 19. Januar 1809 in Boston, Massachusetts, USA, gestorben am 7. Oktober 1849 in Baltimore, Maryland, war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er prägte entscheidend die Genres der Kriminalliteratur, der Science-Fiction und der Horrorliteratur. Seine Poesie wurde zum Fundament des Symbolismus und damit der modernen Dichtung. Jugend Edgar Allan Poe wurde als Sohn der in England geborenen Schauspielerin Elizabeth Eliza Arnold Hopkins Poe 1787 bis 1811 und des aus Baltimore stammenden Schauspielers David Poe am 19. Januar 1809 in Boston geboren. Die beiden hatten 1806 geheiratet. Der Vater verließ die Familie 1810. Was danach aus ihm wurde, konnte bislang nicht aufgeklärt werden. 1811 starb Poes Mutter in Richmond im Alter von nur 23 Jahren an Tuberkulose. Der zweijährige Poe, sein zwei Jahre älterer Bruder William Henry Leonard und seine ein Jahr jüngere Schwester Rosalie blieben als Waisen mittellos zurück. Das Schicksal der als Schauspielerin und Sängerin beliebten Elizabeth Poe erschütterte die Damen der besseren Richmonder Gesellschaft. Die kinderlose Frances Allen überzeugte ihren Mann John Allen, der ein erfolgreicher Kaufmann war, Edgar Poe in die Familie aufzunehmen. Seine Schwester Rosalie wurde von einer anderen Familie in Richmond aufgenommen, sein Bruder von Verwandten in Baltimore. John Allens Verhältnis zu dem jungen Poe war zwiespältig. Teils verwöhnte er ihn, teils war er übermäßig streng. Zwar gehörte der Junge zur Familie, wurde jedoch nicht adoptiert und Außenstehenden gegenüber als Mündel bezeichnet. Dennoch nahm Poe den Zweitnamen Allen an. Zwar hatten die Geschäfte der Firma von John Allen und seines Geschäftspartners James Ellis 1812 unter dem britisch-amerikanischen Krieg gelitten, entwickelten sich danach jedoch gut. Die Firma beschloss deshalb 1815, ihre Geschäfte in Europa auszubauen, wozu sich John Allen, der ursprünglich aus Schottland stammte, 1815 mit Frau, Schwägerin und Ziehsohn nach Großbritannien begab. Ab Winter 1815 war Poe Zögling der Old Grammar School in Irwin, Schottland, John Allens Heimatstadt. Da die Familie selbst in London lebte und der junge Poe von ihnen nicht getrennt sein wollte, willigte John Allen ein, ihn in England, in London, unterrichten zu lassen. 1816 und 1817 besuchte Poe ein Internat in Chelsea und anschließend die Schule des Reverend John Bransby in Stoke Newington, nördlich von London. Diese Schule hat in Poes Erzählung William Wilson deutliche Spuren hinterlassen. Die Wirtschaftskrise von 1819 führte zu einem starken Abschwung der Geschäfte von Allens Firma und beinahe zu seinem Bankrott. John Allen beendete deshalb 1820 seinen Englandaufenthalt und kehrte mit der Familie nach Richmond zurück. Wegen der wirtschaftlichen Verluste und der dadurch angehäuften Schulden lebte die Familie Allen von 1820 bis 1825 zwar nicht in ärmlichen, jedoch in vergleichsweise einfachen Verhältnissen. 1825 jedoch starb John Allens Onkel William Galt, einer der reichsten Männer Richments, und hinterließ seinem Neffen eine Dreiviertelmillion Dollar. Dieser plötzliche Reichtum wiegte den jungen Poe in der Hoffnung, einmal auch seinen Ziehvater John Allen zu beerben. In Richmond genoss Poe weiterhin eine gute Erziehung, zeigte eine hohe Begabung für Sprachen und entwickelte sich zu einem hervorragenden Sportler, insbesondere Schwimmer. Ein Schulkamerad, Thomas Ellis, berichtete, Kein Junge hatte größeren Einfluss auf mich als er. Er war in der Tat der Anführer unter den Jungen. Meine Bewunderung für ihn kannte kaum Grenzen. Er lehrte mich schießen, schwimmen und Schlittschuh laufen. Er rettete mich sogar einmal vor dem Ertrinken. Allerdings hatte er mich kopfüber hineingestoßen. Im Alter von 14 Jahren verliebte sich Poe in Jane Stannard, die 30-jährige Mutter eines Schulfreundes. Einzelheiten über diese vermutlich bloße Schwärmerei sind nicht bekannt. Jane Stannard starb ein Jahr später in geistiger Umnachtung, und Poe besuchte wiederholt ihr Grab. Möglich ist, dass er in ihr Ersatz für seine verstorbene leibliche Mutter suchte. 1825 und 1826 entwickelte sich eine Beziehung zwischen Poe und der etwa gleichaltrigen Sarah Elmira Royster. Diese endete jedoch, als Poe die Universität besuchte und Elmiras Vater, der die Beziehung ablehnte, Poes Briefe an sie abfing. Als Poe von der Universität zurückkehrte, war Elmira mit einem anderen verlobt. Universität Im Februar 1826 immatrikulierte sich Poe im Alter von 17 Jahren an der kurz zuvor von Thomas Jefferson gegründeten Universität von Virginia in Charlottesville. Dort studierte er alte und neue Sprachen. Seine Lehrer waren George Long und der Deutsche Georg Blättermann. In dieser Zeit vertiefte Poe sein Französisch, lernte vermutlich auch etwas Italienisch und Spanisch. Seine von ihm später behaupteten Kenntnisse des Griechischen, Lateinischen und Deutschen waren und blieben jedoch äußerst gering. An der Universität verschuldete sich Poe, begann zu spielen und zu trinken. Die genauen Hintergründe sind nicht klar. Die Jahresgebühr für das Studium betrug 350 US-Dollar, womit die University of Virginia die teuerste Hochschule des Landes war. Hinzu kamen Kost und Logis, Bücher und Kleidung. Nach nur acht Monaten Studium hatte Poe Schulden von 2000 US-Dollar. Möglicherweise hatte John Allen ihm zu wenig Geld für die Ausbildung zugewiesen, so stellte Poe es dar. Möglich ist aber auch, dass sich Poe in einer Atmosphäre wiederfand, in der Bildung wenig galt, da die meisten anderen Studenten aus reichen Familien kamen, Exzesse die Regel waren und dass Poe als Außenseiter versuchte, um jeden Preis standesgemäß mitzuhalten, zumal er immer noch darauf hoffen durfte, John Allen einmal zu beerben. Seine Schulden führten aber nur dazu, dass sich die Spannungen zwischen ihm und Allen verschärften. Hinzu kam möglicherweise, dass John Allen bereits einen unehelichen Sohn, Edwin Collier, hatte. Um 1829 kamen zwei weitere uneheliche Kinder, Zwillinge, hinzu. Ob Francis Allen davon wußte und ob Edgar dann ihre Partei ergriff, ist unbekannt. Soldat und erste Publikationen Nach einem heftigen Streit mit John Allen im März 1827 verließ Poe das Haus der Allens und schiffte sich nach einigen Tagen nach Boston ein. Möglicherweise, um Gläubigern zu entgehen, nahm Poe den Namen Henri-le-René an, angelehnt an den Namen seines Bruders, Henry Leonard. In Boston, dem Ort seiner Geburt und der Lieblingsstadt seiner Mutter, erschien im Juni oder Juli 1827 auf Kosten Poes sein erster Gedichtband, Tamerlane and Other Poems. Das Buch, das nur eine sehr geringe Auflage hatte, blieb ohne kritische Resonanz. Als das Buch erschien, hatte sich Poe bereits zum Dienst in der US Army verpflichtet. Der 18-Jährige gab an, er sei 22 Jahre alt und heiße Edgar A. Perry. Neben der Notwendigkeit, ein Auskommen zu finden, dürfte zu der Entscheidung auch beigetragen haben, dass Poes Großvater, David Poe, mit Auszeichnung im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gedient hatte. Außerdem verehrte Poe den im griechischen Unabhängigkeitskrieg gestorbenen Lord Byron und sah in ihm, der ebenfalls ein großer Schwimmer war, ein nicht nur literarisches Vorbild. Poe verpflichtete sich für fünf Jahre. Im November 1827 wurde sein Regiment von Boston nach Charleston verlegt, wo er im Fort Moultrie Dienst tat. Das Fort lag auf der vorgelagerten Insel Sullivan's Island, auf der Poe Jahre später die Erzählung »The Gold Bug« ansiedelte. Poe wurde mehrmals befördert, 1829 zum Sergeant Major, dem höchstmöglichen Rang für einen einfachen Soldaten. Nach zwei Jahren wollte Poe die Armee verlassen, was jedoch, da er sich für fünf Jahre verpflichtet hatte, bedeutete, dass er sich freikaufen musste. Um die dafür nötigen Mittel zu bekommen, strebte er eine Versöhnung mit John Allen an. Dieser lehnte zunächst ab, lenkte aber ein, nachdem seine Frau Frances am 28. Februar 1829 gestorben war. Am 15. April 1829 wurde Poe ehrenhaft aus der Armee entlassen und kehrte nach Richmond zurück. Poe plante jedoch, seine Karriere in der Armee fortzusetzen, als Offizier. Um dies zu erreichen, wollte er in die US Military Academy von West Point eintreten. John Allen unterstützte seinen Wunsch, wahrscheinlich in der Hoffnung, Poe auf diese Weise endgültig loszuwerden. Auf die Aufnahme in West Point musste Poe jedoch rund ein Jahr warten. Er reiste nach Baltimore, wo Verwandte seines Vaters lebten. Dort lebte er bei seiner Tante, Maria Clem, und deren Tochter, seiner Cousine, Virginia Clem. In Baltimore erschien im Dezember 1829 eine zweite Sammlung seiner Gedichte unter dem Titel »Al-Araf – Tamerlane and Minor Poems«, diesmal nicht anonym, sondern unter dem Namen Edgar A. Poe. Im Juni oder Juli 1830 wurde Poe in West Point als Kadett aufgenommen. In den ersten Monaten dort zeichnete er sich durch hervorragende Leistungen aus. Als Schwerpunktfächer wählte er Französisch und Mathematik. Im Oktober 1830 heiratete John Allen seine zweite Frau, Louisa Patterson. Diese neuerliche Eheschließung machte den Bruch zwischen Poe und Allen endgültig, trotz weiterer Versuche Poes, eine Wiederannäherung zu erreichen. Das Zerwürfnis führte außerdem dazu, dass Poe, um Allen, der sich für seine Aufnahme in West Point sehr eingesetzt hatte, zu blamieren, seine Entlassung aus der Armee provozierte. Nach zahlreichen in einem Brief an Allen angekündigten Regelverstößen wurde er vor ein Kriegsgericht gestellt und der Militärakademie verwiesen. Im Februar 1831 begab sich Poe von West Point nach New York und von dort im April zu seinen Verwandten nach Baltimore. Im April 1831 erschien in New York sein dritter Gedichtband unter dem Titel Poems. Finanziert hatte er das Buch durch die Subskription von Militärkameraden in West Point. Während seiner Zeit auf der Militärakademie hatte er mehrere Spottverse auf Vorgesetzte verfasst und seine Mitkadetten waren davon ausgegangen, in dem Band sei mehr davon zu finden. Diese Hoffnung wurde enttäuscht. Poe widmete den Band dem US-Kadettenchor. Er enthält mehrere Gedichte aus den beiden früheren Bänden, aber auch sechs zuvor unveröffentlichte, darunter frühe Versionen von To Helen und The City in the Sea. Baltimore, Erzählungen, Ehe Nicht lange nach Poes Rückkehr nach Baltimore starb sein Bruder, William Henry Leonard, am 1. August 1831, im Alter von 24 Jahren, an den Folgen seiner Alkoholkrankheit. Obwohl Poe seinen Bruder nur selten gesehen hatte, stand er mit ihm in Briefkontakt und bewunderte ihn für seine Seereisen. William Henry Leonard hatte zudem mehrere Gedichte und Geschichten geschrieben. Bei einigen frühen Texten Poes kann sogar von einer gemeinsamen Autorschaft der beiden Brüder ausgegangen werden. Über Edgar Allan Poes Leben in Baltimore zwischen 1831 und Anfang 1835 ist nur sehr wenig bekannt. Sicher ist, dass er in dieser Zeit begann, Erzählungen zu schreiben, um so ein Einkommen zu erzielen. Eine erste Geschichte, Metzängerstein, erschien am 14. Januar 1832 in Philadelphia im Saturday Courier. 1833 gewann Poe mit M.S. Found in a Bottle bei einem Preisausschreiben des Baltimore Saturday Visitor die ausgelobten 50 US-Dollar. Diese Geschichte beginnt mit einer kunstvollen Vermischung von Dichtung und Wahrheit so. Von Vaterland und Familie habe ich wenig zu sagen. Ungerechte Behandlung, wie auch der Lauf der Zeit, haben mich aus dem einen vertrieben und der anderen entfremdet. Elterliche Wohlhabenheit ermöglichte mir eine Schulbildung von nicht gewöhnlicher Art. Der Preisgewinn brachte Poe in Kontakt mit dem Schriftsteller und Politiker John P. Kennedy, der ihm in der Folge half, Texte in Zeitschriften unterzubringen. Darüber hinaus stellte Kennedy den Kontakt zu Thomas W. White, dem Herausgeber des in Richmond erscheinenden Southern Literary Messenger, her. White bot Poe die feste Mitarbeit in seiner noch recht neuen Zeitschrift an und im August 1835 ging Poe nach Richmond. Nach wenigen Wochen jedoch verließ Poe den Messenger wieder und kehrte nach Baltimore zurück. Die genauen Hintergründe sind unklar. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass Nielsen Poe, ein Verwandter, Poes Tante Maria Clem und Cousine Virginia, angeboten hatte, zu ihm zu ziehen. Das wollte Poe verhindern. Möglicherweise Ende September 1835 heiratete Poe inoffiziell seine erst 13 Jahre alte Cousine Virginia, zumindest jedoch verlobten sich die beiden. Poe sah in seiner viel jüngeren Cousine wohl lange eher eine Schwester als eine Ehefrau. Er nannte sie Sissy, Schwesterchen, und seine Tante Maria Muddy, Mutti. Kurz darauf kam es zu einer erneuten Verständigung mit White. Im Oktober 1835 kehrte Poe zusammen mit Maria Clem und Virginia nach Richmond zurück. Thomas W. White muss Poes Arbeit für seine Zeitschrift geschätzt haben. Dennoch schickt er ihm diese warnenden Worte. Edgar, solltest du wieder durch diese Straßen streifen, fürchte ich, wirst du auch wieder süffeln, so lang, bis du ganz von Sinnen bist. Auf keinen, der vor dem Frühstück trinkt, ist Verlass. Poe sollte bis Januar 1837 für den Messenger arbeiten. Während dieser Zeit stieg Poes Angaben zufolge die Auflage des Messenger von unter 1.000 auf 5.000 Exemplare an. Poes Mitarbeit sorgte dafür, dass die Zeitschrift bekannt wurde, wozu neben seinen Prosa-Arbeiten vor allem sein schnell wachsender Ruf als scharfzüngiger Literaturkritiker beitrug. Am 16. März 1836 heiratete Poe offiziell seine Cousine Virginia. Auf der Urkunde wird ihr Alter mit 21 angegeben. Tatsächlich war Virginia zu dieser Zeit 13 Jahre alt. Poe 27 Richmond und New York Arthur Gordon Pym In Richmond entstand 1836 Poes Essay Melzels Chessplayer, über den auch als Schachtürken bekannten Automaten. Zwar war Poe nicht der Erste, der nachwies, daß sich in dem vermeintlichen Roboter ein kleinwüchsiger Mensch verbergen mußte, aber die detaillierte Technik seiner Beweisführung bereitete seine späteren Detektivgeschichten vor. Zu den Erzählungen, die in dieser Zeit entstanden und im Messenger erst veröffentlicht wurden, gehören Berenice, Morella, Hans Pfahl, A Tale und Loss of Breath. Auch Teile seines einzigen Romans The Narrative of Arthur Gordon Pym erschienen als Fortsetzungsgeschichte im Messenger. All dies förderte Poes Ansehen als Prosa-Autor. Mehr als die Erzählungen trugen jedoch seine manchmal bewunderten, oft gefürchteten Literaturkritiken dazu bei, seinen Namen bekannt zu machen. Poe versuchte, die Provinzialität des US-amerikanischen Literaturbetriebs zu überwinden und allgemeingültige ästhetische Maßstäbe an die besprochenen Werke anzulegen. In einer Besprechung heißt es, Großmäulich sind wir geworden und eitel im verblendeten Stolz ob einer allzu rasch errungenen literarischen Freiheit. Unter anmaßendstem, sinnlosesten Hochmut verwerfen wir jedwede Achtung vor fremder Meinung. Vergessen wir, dass die wahre Schaubühne für den Literaturbeflissenden einzig und allein nur die ganze Welt sein kann. Erheben ein großes Geschrei ob der Notwendigkeit, unseren verdienstvollen heimischen Schriftstellern Mut zu machen und machen uns gar nicht erst die Mühe zu erwägen, dass ja alles, was wir der Gestalt als Ermutigung bezeichnen, durch so unterschiedlose Anwendung zu gerade dem Gegenteil dessen führt, was wir recht eigentlich erreichen wollen. Im Februar 1837 zog Poe mit seiner kleinen Familie für etwa 15 Monate nach New York. Für die Folgezeit bis etwa Mai 1839 liegen so gut wie keine biografischen Zeugnisse über Poe vor. Seine Hoffnungen in New York eine Anstellung bei einer Zeitschrift zu finden, vielleicht sogar ein eigenes Magazin zu gründen, erfüllten sich nicht. Dazu hat wohl die schwere Wirtschaftskrise von 1837 beigetragen, an deren Folgen auch Verleger und Zeitschriften zu leiden hatten. Poe arbeitete in dieser Zeit weiter an The Narrative of Arthur Gordon Pym. Er erschien im Juli 1838 bei Harper & Brothers und wurde vorwiegend positiv besprochen. Er verließ New York im Sommer 1838 und zog mit Maria Clem und Virginia nach Philadelphia. Philadelphia und Dupin 1838 schlug Poe sich mit Arbeiten für verschiedene Zeitschriften durch. In the American Museum of Science, Literature and the Arts erschien im September eines seiner bedeutendsten Erzählungen, Ligeia. In Philadelphia wurde Poe im Juni 1839 Redakteur und später Mitherausgeber von Burton's Gentleman's Magazine. Neben der Büroarbeit und seiner Redakteurstätigkeit schrieb er eine Vielzahl von Artikeln über so unterschiedliche Themen wie Sportgeräte, Vogelkunde, Ballonfahrten und Daguerotypie. Dazu kamen, wie zuvor, Buchbesprechungen und auch Erzählungen wie The Man That Was Used Up, The Journal of Julius Rotman, William Wilson und The Fall of the House of Usher. Des Weiteren schrieb er Essays, wie beispielsweise eine Abhandlung über Inneneinrichtung, The Philosophy of Furniture. Da er bei Burtons für eigene Texte jedoch nur sein Redakteursgehalt bekam, besserte er seine Einkünfte auf, indem er für andere Publikationen wie Alexander's Weekly Messenger arbeitete. Bekannt wurde er dort durch seine Veröffentlichungen zur Kryptografie. Besonders beliebt waren Wettbewerbe, bei denen er versicherte, jeden in Geheimschrift eingesendeten Text entziffern zu können, was ihm gelang. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass es sich bei den zur Einsendung erlaubten Chiffren um simple Substitutionsverschlüsselungen handelte. Im Dezember 1839 erschien die erste Sammlung von Erzählungen Poes unter dem Titel Tales of the Grotesque and Arabesque. Auf 500 Seiten und in zwei Bänden versammelte sie 25 Geschichten. Das Buch wurde an die 20 Mal besprochen und die meisten Rezensionen fielen positiv aus. Im Juni verließ Poe Burtons und versuchte, eine eigene Zeitschrift zu gründen, die The Pen heißen sollte, ein Wortspiel aus Pen, Der Stift und Pennsylvania. Später änderte er den Namen des Projekts in »The Stylers« und verfolgte es noch bis zu seinem Tod weiter. Es gelang ihm jedoch nie, das dazu nötige Startkapital aufzutreiben. Anfang 1841 wechselte der Besitzer von Burtons und die Zeitschrift wurde in »Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine« umbenannt. Hier erschien Poes erste Detektivgeschichte »The Murders in the Rue Morgue«, in der er den Pariser Detektiv C. Auguste Dupin kreierte. Das Wort »Detective« kam durch Poe in die englische Sprache. Weiter erschien dort »The Colloquy of Monos and Una«. Im April 1842 verließ er Grahams. Um ein sicheres Einkommen zu haben, bewarb er sich in dieser Zeit um eine Beamtenstelle beim Zoll. Trotz guter, durch bekannte, vermittelter Beziehungen in die Politik, anders würden solche Positionen nicht vergeben, bekam er den Posten jedoch nicht. 1842 verschlechterte sich Virginia Poes' Gesundheit. Sie erlitt beim Singen einen Blutsturz, ein sicheres Zeichen für ihre Tuberkulose. Die Erkrankung seiner Frau verarbeitete Poe in dieser Zeit in den Erzählungen »Life in Death«, später änderte er den Titel zu »The Oval Portrait« und »The Mask of the Red Death«. Im März 1842 lernte Poe in Philadelphia Charles Dickens kennen, dessen Werke er schätzte und wiederholt positiv besprach. Dickens versprach Poe, sich bei englischen Verlegern für seine Schriften einzusetzen. Bis dato waren sie, da es kein internationales Copyright gab, in Großbritannien zwar nachgedruckt worden, Poe erhielt jedoch kein Honorar. Obwohl sich Dickens nach seiner Rückkehr nach England für Poe einsetzte, hatten seine Bemühungen keinen Erfolg. Im April 1844 verließ Poe mit seiner Familie Philadelphia in Richtung New York, in der Hoffnung, auf dem dortigen Zeitschriftenmarkt ein besseres Einkommen erzielen zu können. New York und der Rabe Poe hatte seinen Ruf in Philadelphia durch gelegentliche Alkoholexzesse ruiniert. Spricht man von Exzessen, muss man jedoch die strengen religiösen Maßstäbe der Zeit berücksichtigen, die im von Quäkern geprägten Philadelphia besonders strikt waren. Sicher ist, daß Poe gelegentlich, vor allem in Krisensituationen, stark trank. Auch hier sind die Zeugnisse aber sehr unterschiedlich. Mehrere bekannte Poes berichten, daß er bereits nach einem Glas Wein vollständig betrunken war, möglicherweise ein Zeichen einer Alkoholunverträglichkeit. Andere Zeugnisse deuten darauf hin, daß Poe dem Typus eines Quartalsseufers entsprach, nach dem Jelinek-Konzept Epsilon-Typ genannt. In New York arbeitete Poe für den Evening Mirror, wo er vor allem journalistische Kurztexte unterschiedlichster Art veröffentlichte und Artikel anderer Journalisten redigierte. Das brachte ihm ein sicheres Einkommen von 15 US-Dollar in der Woche ein. Literarische Arbeiten brachte er in anderen Magazinen unter. Zu den wichtigsten aus dieser Zeit gehören »The Oblong Box« und die Dupin-Geschichte »The Purloined Letter«, beide 1844. Auch sein bekanntestes Gedicht »The Raven« 1845 entstand in New York. Der Erfolg von »The Raven« machte Poe erstmals auch als Lyriker bekannt. Das Gedicht wurde vielfach nachgedruckt und Poe immer wieder zu Rezitationen eingeladen. Denn Erfolg nahm er zum Anlaß, in dem Aufsatz »The Philosophy of Composition« 1846, seine dem Ästhetizismus und Symbolismus, den Weg bereitende Auffassung von Dichtung darzulegen. Laut Poe kommt es bei einem Gedicht vor allem auf die Einheit des Effekts an. Die Komposition von Lyrik beschreibt er als methodische, analytische Arbeit, die nichts mit Spontanität oder Intuition zu tun habe. Ob dies den tatsächlichen Prozess der Entstehung von »The Raven« beschreibt, ist fraglich. In seiner New Yorker Zeit betrieb Poe weiterhin Literaturkritik und steigerte seine teils polemischen Ausfälle gegen andere Autoren. Seine Angriffe auf den im 19. Jahrhundert als bedeutendster Dichter der USA geltenden Henry Wadsworth Longfellow führten zum sogenannten Longfellow-Krieg. Poe warf Longfellow wiederholt vor, ein wenig origineller Schriftsteller zu sein, ein Urteil, das die moderne Literaturwissenschaft teilt. Darüber hinaus unterstellte er ihm immer wieder, nicht immer zu Recht, ein Plagiator zu sein. Einige der Vorwürfe sind umso problematischer, als Poe sich selbst gerne bei anderen Autoren bediente. Neben Poes berechtigter und schärfsinniger Literaturkritik dürfte die Schärfe seines Tons auf sehr persönlichen Motiven beruhen. Poe war Berufsschriftsteller und wurde für seine Arbeit, wenn überhaupt, nur gering bezahlt. Longfellow war ein wohlhabender Erbe, der reich geheiratet hatte und als Privatier leben konnte. Hinter der persönlichen Polemik, auf die Longfellow selbst nie antwortete, verbirgt sich der Gegensatz zwischen einem modernen Autor, der Schriftstellerei als Beruf versteht, und der älteren Idee des Autors als Amateur im ursprünglichen Sinne der Liebhaberei, eines keinen Zwängen unterworfenen, zu höheren berufenen Freigeists. Letztlich hatten Poes literarische Fäden dieser Zeit zur Folge, dass er es sich mit vielen Autoren und Verlegern verdarb. Sie sollten auch zu rufschädigenden Anfeindungen gegen Poe führen, die noch lange nach seinem frühen Tod das Bild seiner Persönlichkeit verdunkelten. Die meiste Zeit lebte Poe nicht in Manhattan, sondern in einem kleinen Landhaus nördlich der Stadt, im damals noch ganz ländlichen Fortham, heute in der Bronx. In Fortham verschlechterte sich Virginias Gesundheitszustand, und zu Poes Entsetzen erhielt sie anonyme Briefe, in denen er eines Verhältnisses zu der Dichterin Frances Sargent Osgood bezichtigt wurde. 1847 starb Virginia im Alter von 24 Jahren. Poe brachte seine Trauer unter anderem in dem Gedicht Annabelle Lee zum Ausdruck, das er im September 1849 kurz vor seinem Tod dem Herausgeber des Southern Literary Messenger in Richmond übergab. 1847 entstand Poes schwierig einzuordnende Essay Eureka. Poe versuchte darin, kosmologische Spekulationen mit Philosophie und Ästhetik zu verbinden. Naturwissenschaftlich gingen viele seiner Überlegungen auf Pierre-Simon Laplace, vor allem dessen Nebula-Hypothese, zurück. Poe erweiterte diese, ohne dafür naturwissenschaftliche Beweise zu haben, um eine Art Urknalltheorie. Auch in seinen Erzählungen und Gedichten schlug er neue Richtungen ein, sowohl Ullalume als auch The Bells radikalisieren das Gedicht in Richtung einer Lautpoesie. In den Erzählungen The Cusk of Amontillado und Hopfrog wandelte Poe womöglich seinen Hass auf literarische Rivalen in künstlerisch bedeutende Rache-Fantasien um. Nach Virginias Tod suchte Poe eine neue Partnerin. Neben eher schwärmerischen Beziehungen zu zwei verheirateten Frauen bemühte er sich ernsthaft um die Dichterin Sarah Helen Whitman. Die beiden verlobten sich, doch wurde die Verlobung wieder aufgelöst, da Whitman an Poes Zuverlässigkeit zweifelte, sie erhielt zahlreiche Briefe, die Poe anschwärzten, und vor allem, da ihre Mutter eine Ehe mit Poe um jeden Preis verhindern wollte. Nach dem Scheitern der Verlobung nahm Poe, vermutlich in Selbstmordabsicht, eine Überdosis Laudanum zu sich, überlebte jedoch. Dies ist der einzig sicher dokumentierte Fall, in dem Poe Opium einnahm. Spätere Behauptungen, Poe habe regelmäßig Opium zu sich genommen und sei abhängig gewesen, gelten als widerlegt. 1849 traf Poe in Richmond seine Jugendliebe Elmira Shelton, geborene Royster, wieder. Sie war mittlerweile verwitwet. Nach einer kurzen Werbung akzeptierte sie Poes Antrag, und die beiden verlobten sich. Tod in Baltimore Poe verließ Richmond am Morgen des 27. September 1849. Ziel seiner Reise war sein Haus in Fort Ham. Dort wollte er die Vorbereitung seiner Hochzeit mit Elmira Shelton vorantreiben und auf dem Weg Abonnenten für seine geplante Zeitschrift »The Stylers« gewinnen. Der erste Abschnitt von Poes' Reise führte per Schiff von Richmond nach Baltimore. Was in der folgenden Woche geschah und wo Poe sich aufhielt, ist nicht bekannt. Am 3. Oktober 1849 traf ein Drucker namens Joseph W. Walker Poe vor dem Lokal Ryan's Tavern, auch bekannt als Gunners Hall, an. Poe machte einen abgerissenen und verwirrten Eindruck und schien betrunken und oder schwer krank zu sein. Walker verständigte auf Poes Bitte hin einen Bekannten, Dr. Joseph E. Snodgrass. Da ein ebenfalls verständigter Verwandter Poes es ablehnte, sich um ihn zu kümmern, wurde Poe in das Washington Medical College in Baltimore eingeliefert. Dort kümmerte sich der Arzt Dr. John J. Moran um ihn. Poe starb am 7. Oktober 1849. Die Umstände des Todes sind unklar, die Todesursache ist unbekannt. Der Arzt Dr. Moran hinterließ mehrere Berichte über Poes Zustand und Tod. Sie sind in der Rückschau verfasst und widersprechen sich selbst sowie den Zeugnissen anderer Augenzeugen in zahlreichen Punkten. Für die Forschung sind sie kaum zu verwerten, da Unterlagen des Krankenhauses nicht erhalten sind. Die Zahl der Theorien darüber, woran Poe starb, ist groß. Sie reichen von Selbstmord und Mord über Schäden durch Alkoholismus bis hin zu Diabetes, Cholera, Tollwut und Syphilis. Ebenfalls unbelegt ist das Gerücht, Poe sei das Opfer von sogenannten Wahlschleppern geworden, skrupellosen Helfern von Politikern, die an Wahltagen Menschen von der Straße aufgriffen, sie betrunken machten und sie so dazu bringen wollten, für ihren Kandidaten zu stimmen. Poe wurde in Baltimore auf dem Friedhof der ehemaligen presbyterianischen Westminster-Kirche, heute Westminster Hall and Burying Ground, begraben. Virginia und Maria Clem wurden nach einer Umbettung neben ihm beigesetzt.